Ja, was ? Was ? Was ? Ey, 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 das stimmt doch keiner. Hallo ? Es ist alles vorbei. Öhm... Was zum... Ich hatte auch keine Chance um Watt zu machen. ich verschaffe es gar nicht aufzustehen nein 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 dieser hässliche ich habe das für ein mädchen gehalten nein 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 Das ist alles, was ich dir je hätte erräumen können. Darf die Hüte dich aufschneiden? Aaaaaaah! Ab! Kann man nichts machen! Mein Lieber! Warmes Blut auf der Karte! Backe! Du könntest dich noch bewegen! Ich hab genug zu ziehen, um einen ausgewachsenen Elefanten zu leben! Da muss irgendwas mit ihrem Hirn nicht stimmen! So! Da war vorbei! Alter! Da kommt der von hinten, gibt es erstmal die Spritze, das haben wir trotzdem überlebt! Hey! Boah! Blazkowicz! Du bist ja in Moon gegen alles! Jetzt hier oben rein! Hier ist ziemlich platzbedingt! So! Oh! 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 Nicht schlapp machen! Noch nicht! Nicht bevor sie in Sicherheit ist! Los, du scheiß Kiste! Äh! Da haben wir das wohl nicht! Oh! Blazkowicz! Du bist! Da! Aber ist bereit, wenn Sie sind, Blazkowicz! Sobald Sie mit unseren Leuten aus der Basis raus sind, wir reißen und gaben Sie auch! Mit Drogen vollgepumpt! Messerstich! Heilen können wir uns nicht! Aaaaaah! Oh! Oh! Was ist passiert? Du blutest! Nachdem Seth uns aus den Zellen geholt hatte, wollten wir auf eigene Faust ausbrechen! Oh nein! Gut Sie zu sehen, Blazkowicz! Schön Sie bei uns zu haben! Wir müssen raus hier, Leute! Lauft! Schnell! Lauft! Lauft! Schnell! Wieso? Mir hilft jetzt keiner! Jetzt muss ich alleine auf... Ja! Nein! Dieser Fachstuhl ist nicht mehr der Mund! Hier geht's lang! Wo ist... Ein bisschen merklich hier! Da waren gerade so viele Leute! Und jetzt sind wir nur noch zuviert hier! Blazkowicz! Hint mich hoch! Du kannst doch nicht selber? Ey! Heftig! Ey! Wir müssen ja alles machen hier! Die können ja nicht mal alleine kacken! Das ist unglaublich! So ist Anna mein Schatz! Oh! Jetzt aber schön! Oh! Ach scheiße! Ich dachte, der packt die am Po! Na! Oh! Oh! Hi! Wir holen dich da raus! Und dann verschwinden wir! Es muss auf die Vergangenheit! Oh nein! Ich vermisse dich! Wo man leben kann! Und wo man glücklich sein kann! Ich liebe dich ab! Aber nicht für dich! Ich liebe dich! Oh! Ich liebe dich! Oh man! Jetzt! Ah! Was ist denn da drin? Einen alten Freundsbesuch! So einen Besuch habe ich wirklich lange nicht mehr bekommen! Okay! Okay! Das war also Absicht! Ja! Will einer Stress mit! B.J. Blazkowicz! Attacke! 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 Wir sind uns schon begegnen, aber heute ist es sicherlich das letzte Mal! Captain Blazkowicz! Noch immer am Kämpfen nach all den Jahren! Ich erinnere mich an Ihren Freund! Zu gerne tue ich das! Und wie... Wie ist das bei Ihnen? General Strasse! Bei dieser Arbeit ist man leicht anfällig dafür mit Leid zu empfinden! Wir müssen lernen, dass es nur ein nutzloser Instinkt ist! Völlig unpassend für unseresgleichen! Hoch! Hoch! Auf die Platte! Auf die Platte! Was hat der mit dem gemacht? Ahhhh! Das müsste doch weh getan haben! Ahhhh! 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 Das war... Das tut doch weh! Ahhhh! Ahhh! Ähhh! Ahhhh! Das ist diese Apparatur das kann! Das kann! Ich frage das gerade umício zu bezweifeln! Aber okay! Oh nein. Mit der Effizienz und dem Gebrauchsamen der Maschine. Äh. Maschinenmensch, säubere den Raum. Nein. Jaja, es gibt's doch nicht. Jetzt hat er sich die Waffe geschlafen. Ah, Mann. Ich trenne doch schon. Ich hab nur noch Messer. Ist das dein scheiß Ernst? Das ist doch immer normal. Ah. 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 Ich kann doch noch springen. Yay. Nein. Sammeln doch alles auf, Mann. Ah. 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 Lauf doch. Renn. Let's go. Ja. Ja. Du suchst ja doch mal da rumlau. Äh. Ja. Ne wird er rei. Ne wird er rei. Ne. zu spät ich bin so weit weg warum rennst du denn so langsam lässt du dir das nicht mal wisschen der groß zu der meinen granaten ausweichen sausack das gibt es doch nicht ok hier bin ich sicher da da war ich doch meinen scheiß dingern immer aus ist das ein arsch ich muss an die kanone wieder dran gekommen ich habe jetzt noch eine die muss funktionieren und dann muss ich an den rand mir gefällt das überhaupt nicht das gibt es doch nicht der typ gibt mir auf die müsse ich kann hier nichts mehr nehmen da lauf jetzt zu rennen und nicht gehen lässt du was los mit dir Der springt aber jedes Mal, wenn ich da was machen will, springt der weg. Nein, das ist auch noch... da hinten ist ein bisschen viel bleibt uns aber nicht mehr da ja 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 du musst jetzt irgendwas einfallen lassen ich kann auch nicht da hoch ja 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 aber er ist oh nein